Die Frau ohne Vorname, hier ist Fräulein Menke! Ja, 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 und Sie hatten! Jucka! Jetzt macht mir mal die Bände alle Arme hoch! Hallo! Hallo Jana! Wie sind Sie denn zum Name Fräulein Menke gekommen? Ich habe mir damals überlegt, dass es vielleicht ganz lustig wäre, sich Fräulein zu nennen, weil Fräulein war schon out, also man nannte sich nicht mehr Fräulein. Es gab große Diskussionen, Fräulein, was ist das überhaupt? Und dann wurde das einfach allgemein gehalten und nur noch Frau genannt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt 22 bin, dann passt Fräulein ganz gut. Bevor das Gant stirbt, habe ich mich so genannt, damit man sich das gut merken kann. Ich glaube, man kann sich Fräulein Menke gut merken. Achso, okay. Und was unterscheidet Ihre Musik von anderer? Kann ich gar nicht genau sagen. Zumindest habe ich das selbst geschrieben damals. Also ich habe mich ans Klavier gesetzt und habe erst mal in Englisch angefangen, weil deutsche Texte bin ich erst gar nicht drauf gekommen. Soll ich dir das mal in Englisch vorsingen, wie das ganz am Anfang war? So, that you love me, you're not the only one who make me cry. So, that you love me, you're not the only one who say goodbye. Ja, so war das am Anfang. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich kann nicht Englisch singen, weil da gibt es Stevie Wonder und Mariah Carey und Whitney Houston. Und dann habe ich so in Spiegel geguckt, nee, du bist 22, du kommst aus der Nordheide, du musst Deutsch singen. Und dann bin ich auf hohe Berge gekommen, weil ich auch gerne Skilauf und Rodel. Oh, das ist schön. Okay. Und gibt es denn so einen typischen NDW-Song? Ja, also es ist ja so, ich war damals 22 und da habe ich den Vater meiner beiden Kinder, Alice und Ivo, kennengelernt. Die sind mittlerweile schon 22 und 19 Jahre alt, Sigi hieß der, 82, als ich auch meinen Hit hatte. Und da mochte ich so gerne. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff. Weil ich war so verliebt, ich habe gedacht, ich habe einen Düsenstrahl, ich bin eine Sternenschnuppe und vor lauter Verliebtheit. Aber ich war schon groß. Was können Sie denn den Jugendlichen empfehlen, die Musik machen möchten? Das Wichtige ist, dass man das liebt, was man tut. Also wenn man Ton loslässt oder wenn man am Klavier sitzt, dann muss man das Gefühl haben, ich werde lustiger dadurch, nicht trauriger. Und wenn man das an sich erkennt, dann ist alles, was man macht, einfach Musik. Ach so, ihr sah doch früher so verrückt aus. Wie kam das dazu? Naja, hohe Berge ist klar. Du weißt ja Bescheid, ich habe einen Dirndl an, das ist ja eine Tracht. Man sagt dazu Tracht, nicht Niedertracht, sondern eine Tracht. Und die habe ich gedacht, das passt einfach dazu. Und weil die anderen immer so normale modische Sachen anhatten, wollte ich mich absetzen. Ich habe das, heute nennt man das marktstrategische Gesichtspunkte. Marketing ist das. Ich habe mir überlegt, was kann man sich merken, wie kann ich möglichst lange überlegen, leben. Und dann bin ich so vorgegangen. Ach so, wie sind Sie denn zum Titel Tretboot gekommen? Tretboot in Seenot, das bedeutet eigentlich, dass man oftmals falsche Hoffnungen hat. Weißt du, man sieht irgendjemanden und denkt, boah, der hat ja eine teure Tasche und so teure Schuhe. Der ist bestimmt ein ganz toller Mensch und der hat einen duften Job und alles. Manchmal stimmt das gar nicht, weißt du. Manchmal geben Leute das nur vor. Man muss immer richtig schön aufpassen. Und der Uwe hat mir ja auch erzählt, ja, ich habe eine Motorjagd, guck mich an hier. Also, man darf sich nicht blenden lassen. Man muss immer hinter die Kulissen gucken. Im Tretboot in Seenot fahren wir ins Abendrot. Kein SOS, kein Echolog. Ein Tretboot, was zu sinken droht. Jana, darf ich mal was sagen dazu? Gib mir mal das Mikrofon. Jana, das macht mich unheimlich stolz, dass du 30 Jahre später mein Lied kennst und so schön singst. Ich wünsche dir viel Glück mit deiner tollen Stimme und auch bei den Musical-Produktionen. Danke. Gib Spierlichstück! Im Tretboot in Seenot traben wir ins Abendrot. Kein SOS, kein Archolot. Ein Tretboot, was zu sinken droht. Hey, hey. Yeah. Mäusling TV Die wissen, was abgeht.